Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jahr mit neuen Videos und Änderungen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr, hattet auch schon Sprachfehler wie ich und habt hoffentlich gut gefeiert. Oder auch draußen geknallt, was weiß ich. Gibt ja vieles. Ja, ich komme direkt zum Punkt. Und, äh, erstens, habe ich vor ewig langer Zeit mal Amnesia begonnen zu LP'n, aufgrund, beziehungsweise auf Wunsch von Matthias. Das werde ich auch noch fertig spielen, das habe ich mir vorgenommen. Pausiert war es halt wegen den Gamecrash-Problemen. Ich habe keine Ahnung, woher das kam und ich habe keinen blassen Schimmer, wie man es lösen kann. Ist mir wurscht mittlerweile. Ich habe nochmal bis an die Stelle gespielt und ich werde dieses Spiel auch fertig machen. So, noch diesen Monat. Dann gibt es dieses Jahr von mir große Projekte. Ja, was kann man sich unter großen Projekten vorstellen? Ich hatte ja irgendwann mal ein Video gemacht, bei dem man gesehen hat, dass Final Fantasy X kommt. Beziehungsweise man hat nur ein Bild gesehen und da stand es auch drauf. Ja, man hat es gesehen. Das glaube ich für eine Scheiße. Ähm, das Projekt wird kommen dieses Jahr. Das ist ein ziemlich großes Spiel. Dann, ähm... Was kam noch? Dann kommt noch ein RPG. Ein großes. Ähm, nein, es ist nicht WoW. Es ist ein MMO-RPG. Es ist ein normales RPG. Ich habe das... Es ist kein Blind-Projekt mehr. Ich habe einfach Lust gehabt. Ich habe es gesehen. Es war in Steam im Angebot gekauft. Gezockt 25 Stunden und ich bin noch nicht durch. Also wird es auch ein ziemlich langes Projekt. Ähm... Dann habe ich... Was war es noch? Achso, ja. Dann das Projekt, das im Teaser war. Viele haben es erraten, viele nicht. Das wird auch noch kommen. Ähm... Und zum dritten Punkt werde ich ein Werbevideo machen. Und zwar... Das läuft dann wie folgt ab. Ich werde mir random einen aussuchen, den ich kenne, den ich nicht kenne, der auf YouTube Let's Plays macht, vloggt oder irgendeine Scheiße hochlädt, weil er denkt, er werbert. Kann ja sein. Gibt es. Ich will jetzt... Keine Ahnung. So einen habe ich noch nicht gesehen, aber... Gibt ja alles auf dieser Welt. Das will ich ein- bis zweimal im Monat machen. Da wird jetzt auch nachher noch ein Video kommen. Ich weiß noch nicht wann, ob er selbst dann seinen Kanal vorstellt oder ob ich das mache. Das weiß ich noch nicht, wie genau. Und dann noch ein extra Punkt. Äh... Entschuldigt. Jetzt erst mal, wenn... Ich habe ja vorgenommen, dass ich wieder was hochlade. Aber ich werde meinen PC neu installieren. Ich habe keine Ahnung, wann es da weitergeht. Weil je nachdem, wenn ich in Steam nicht die Sachen speichern kann, muss ich alles neu installieren. Aber... Ist halt so. Ähm... Weil ich habe... Irgendwie meinen PC geschrottet, weil es kann nicht sein, dass es jetzt überall ruckelt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mir Jan schon gefragt, aber das ist ja alles egal. Das klärt sich nur dadurch. Weil sie mittlerweile echt am Arsch vorbeigeht. Ganz ehrlich. Aus dem... Warum sage ich euch das eigentlich? Nur, dass ihr Bescheid wisst, natürlich. Ja, das ist eigentlich so ziemlich alles, was ich dieses Jahr vorgenommen habe. Bis jetzt. Ähm... Ja, das Amnesia-Projekt halt, dann diese große Projekte wie Final Fantasy, das RPG, das noch kommt. Könnt ihr ja mal raten, um was es geht. Welches RPG? Wer in Steam aufgepasst hat, der weiß es bestimmt. Und das Werbevideo, das wird gleich noch eins kommen. Und wie gesagt, falls jetzt ein, zwei Tage jetzt nichts kommt, dann liegt es einfach daran, dass ich alles auf meinem PC wieder dann nach Vordermann bringen muss. Und wenn das dann alles läuft, dann wird es wieder weitergehen. Ähm... Sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen 1. Januar, im neuen Jahr. Und... Erstmal eine Zeit hier wegmachen. Und das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr noch Wünsche habt zu Projekten, könnt ihr die gerne als Kommentar hinterlassen, als PN schicken oder was weiß ich alles. Ähm... Ich werde mir die dann aufschreiben irgendwo, wahrscheinlich da auch irgendwie in der Textdatei. Und dann irgendwann, wenn ich genug Projekte habe, mal eine Abstimmung machen. Nochmal so ein Infovideo. Dann könnt ihr halt abstimmen, was ihr da sehen wollt und was eher weniger und... Was weiß der Geier. Ja, gut. Ich halte euch nicht länger auf. Bis zu einem anderen Video. Tschüss.